Das Junge Theater ist eine fest etablierte Größe in der Göttinger Kulturszene. Spot an, Bühne frei. Seit 1957 für alle Theaterbegeisterten. Junge und Alte, Laien und Profis. Hier begegnen sie sich auf Augenhöhe. Spiel und Spaß gehören einfach dazu im Jugendclub des Jungen Theaters. Dort spielen momentan 27 Laien im Alter von 16 bis 20 Jahren. Schauspielerin Agnes Giese leitet die Gruppe. In jeder Spielzeit wird ein Theaterstück gemeinsam einstudiert und aufgemacht. Geprobt wird regelmäßig einmal pro Woche. Je näher die Premiere rückt, desto häufiger kommen die Jugendlichen zusammen. Und sie sind mit vollem Elan dabei. Ihre Motivation hier zu spielen ist klar. Es macht halt unglaublich Spaß. Und wenn man einfach da oben steht und so sieht, dass Leute einem so gespannt auch zugucken, ist einfach so für mich einfach sowas krass. Und die Proben sind halt auch einfach super lustig und toll. Es macht auch Spaß mit den Menschen. Weil jeder, man merkt einfach, jeder liebt das Theaterspielen. Und es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man zum Beispiel in der Schule ist, Theater da. Also erstmal lernt man hier die coolsten Menschen überhaupt kennen. Also alle sind voll super drauf und alle haben mega die Motivation dazu. Also wann alle so das gleiche schaffen und zwar ein schönes Stück. Gerade das junge Theater bietet den Jugendlichen einen Raum, in dem sie sich wohlfühlen und entfalten können. Man hat halt hier angefangen, man hat hier eine Geschichte und irgendwie auch so, die Leute hier sind wie eine Familie auch einfach. Wenn ich jetzt hier auf der Bühne spiele, dann ist das so, also überall so Erinnerungen. Halt wirklich wie ein Zuhause. Was ich hier so begeisternd finde, ist, dass es einfach auf einem unglaublich hohen Niveau ist. Ich mich jedes Jahr irgendwie, aber nicht durch mich als Persönlichkeit, sondern durch die Leute, die hier mir eben dabei helfen, einfach total weiterentwickeln konnte schauspielerisch. Und das macht einfach unglaublich Spaß. Die Leute sind total klasse. Das ganze Programm, dass man sich einfach ein Jahr lang am Stück beschäftigt, macht total Spaß. In dieser Spielzeit haben sich die Jugendlichen mit der Sage um König Arthus beschäftigt. Er sagte, ich finde Gott nicht. Die mittelalterliche Sage prallt auf heutige Fragen. Eine Abenteuergeschichte, in der es um Visionen geht. Um den Wunsch nach einer besseren Welt. Und es geht um Leidenschaften und Liebe. Um Macht und Tod. Der Jugendclub stellt sich mit diesem Stück den großen Fragen des Lebens. Können wir die Welt verändern oder scheitern wir immer wieder an denselben Dingen? In welcher Welt wollen wir leben? Wovon träumen wir? Von der großen Schauspielkarriere? Na, also wenn man es schafft, auf jeden Fall. Also es ist halt schon so der größte Traum, den man hat. Ich fing irgendwann mal an, habe ich so eine Aufführung von Hamlet gesehen in Berlin an der Schaubühne. Und seitdem habe ich eigentlich so diesen geheimen Traum, okay, mittlerweile ist es auch nicht mehr geheim, Schauspieler zu werden. Ich weiß aber auch, dass das eine ziemliche Herausforderung ist. Das Stück König Arthus und die Ritter der Tafelrunde oder In welcher Welt wollen wir leben? Feiert am 8. Juni Premiere. Karten gibt es online auf der Website des Jungen Theaters oder an der Theaterkasse.